Hallo, grüß euch, ebnis euer Gernot. Normalerweise würden wir uns jetzt bei der HEPF Hausmasse sehen. Leidergottes ist die Absatzwahl eben durch die verschärften Corona-Maßnahmen. Wir können uns alle nicht treffen, doch HEPF hat sich etwas überlegt und es wird eine Aktionswoche geben. Es gibt 10% auf alle Produkte vom August 20. September bis zum 2. Oktober. Schaut da am besten in den Online-Shop rein, unter www.hepf.at, da könnt ihr echt viele coole Produkte finden. Ebenso wird es einige ungekündigte Neuheiten geben in dieser Woche. Also immer reinschauen, am Laufenden bleiben und fleißig einkaufen. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen und hoffentlich sehen wir uns zum nächsten Jahr alle wieder im schönen neuen Firmengebäude und haben wir dann eine gute Zeit. Also bis dorthin, alle gesund bleiben und bis bald. Danke, ciao.